Ja, wir sehen uns heute das letzte Mal, zumindest was die Raunechte angeht. Danach geht's ja ganz normal mit meinem YouTube-Kanal weiter, wo ich jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag ein YouTube-Video für dich veröffentliche zum Thema Liebe. Das ist ja mein Thema, wie du mehr Selbstliebe tanken kannst, wie du den richtigen Partner für dich findest, wie du eine erfüllte Beziehung führst, ja, was du beim Daten beachten musst und, und, und. Also rund um das Thema Liebe geht mein YouTube-Kanal, aber heute machen wir uns an die Reflexionsrunde für die Raunechte. Sprich, heute ist das letzte Mal, dass wir uns in Bezug auf die Raunechte sehen, zumindest, ja, noch nicht mal für dieses Jahr, denn es geht ja dieses Jahr wieder los, am 24.12. werden ja wieder die neuen Raunechte stattfinden und ich werde wie immer am 20.12. starten, also wenn du jetzt schon Lust hast, kannst du dir das Ganze jetzt schon in einen Terminkalender eintragen für den Dezember, denn ich werde auf jeden Fall dieses Jahr Ende des Jahres wieder mit den Raunechten weitermachen. Aber heute erstmal die Reflexionsrunde und erstmal wünschen wir uns ja alle ein tolles neues Jahr, dass wir auf jeden Fall alle unsere Wünsche erfüllen werden, die wir in diesem Jahr haben werden und wir sehen uns dann auf jeden Fall am Ende des Jahres wieder und mal schauen, was davon alles schon eingetreten ist. Also heute reflektieren und deswegen habe ich auch wieder ein paar Übungen, ein paar Rituale und auch eine Meditation nochmal für dich, deine Abschlussmeditation und Übung ist, welche drei Ereignisse würden dich im Jahr 2021 besonders erfreuen, dass du diese drei Ereignisse einfach mal aufschreibst. Was möchtest du im Jahre 2021 erleben? Wir brauchen die nämlich, weil wir gemeinsam manifestieren werden, also in einer kurzen Meditation, so eine kleine Visionsmeditation, wo man so ein bisschen was manifestieren kann für sein Jahr 2021. Die werde ich dann im Anschluss natürlich wieder einblenden, dass du die machen kannst. Genau, Ritual, beschrifte Notizzettel mit den wichtigsten Glaubenssätzen und verteile sie in deiner Wohnung. Du hast ja jetzt diese Wochen unglaublich viele tolle Glaubenssätze mitbekommen, positive Affirmationen, positive Glaubenssätze. Und ich bitte dich einfach, dass du für dich die Besten raussuchst und sie dir aufschreibst und in deiner Wohnung aufhängst. Egal wo, am Spiegel, am Nachttisch, am Kühlschrank, whatever. Das ist mir ganz egal. Hauptsache, du bist immer in Berührung mit diesen wundervollen Sätzen im Jahr 2021. Dann natürlich auch Yoga-Übung, die letzte Yoga-Übung, die Kerze, denn die Kerze soll dich begleiten. Das Licht soll dich begleiten in diesem Jahr und dir Stabilität schenken und dir wirklich zeigen, so alles, was passiert, passiert aus einem Grund. Und ich hoffe, dass du in den Rauhnächten super viel mitnehmen konntest, für dich erfahren konntest, Energie auftanken konntest, damit du das neue Jahr bestmöglich leben kannst. Genau. Dann natürlich die Abschlussfragen. Was habe ich über mich gelernt? Was hat mir besonders gut gefallen? Was möchte ich für das neue Jahr mehr beherzigen? Woran möchte ich persönlich arbeiten? Wo brauche ich noch Unterstützung? Und wer kann mich dabei unterstützen? Was war meine größte Erkenntnis? Welche Botschaften erkenne ich? Wie fühle ich mich nun? Freue ich mich auf das Jahr 2021? Wie sehen meine nächsten Schritte aus? Das sind die ganzen Dinge, die ich dir jetzt ja noch mitgeben wollte und die Fragen, die ich dir mitgeben möchte an diesem letzten Tag. Ich habe natürlich auch wie immer im Workbook dann ganz am Ende natürlich noch ein kurzes Dankeschön an dich, dass du dabei warst. Aber auch nochmal alle meine Links, meine Facebook-Gruppe, Instagram, meine Website, mein Podcast, dass du da wirklich nochmal reinschauen kannst, wenn du das möchtest. Aber in aller, allererster Linie bedanke ich mich wirklich sehr, sehr, sehr bei dir, dass du dabei warst und die Raunechte gemeinsam mit mir gefeiert hast. Ich mache das ja immer als großes Dankeschön vor allen Dingen eigentlich an meine Podcast-Hörer und Hörerinnen, dass die mich das Jahr über so begleitet haben und meinen Podcast ja so immens zum Wachstum gebracht haben. Aber dieses Jahr auch auf YouTube danke, dass du mich begleitest, vor allen Dingen in diesen Kinderschuhchen, weil ich ja noch am Anfang bei YouTube bin. Dass du aber mich abonniert hast, mich begleitest, mir hilfst, dass mein Kanal größer werden darf, dass ich wirklich noch mehr Frauen unterstützen darf. Das bedeutet mir immens viel und deswegen bedanke ich mich wirklich wahnsinnig, dass du mit mir gemeinsam diese Raunechte gefeiert hast. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn du nächstes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr wieder bei mir dabei bist, wenn ich mit dir gemeinsam die Raunechte feiern möchte. Ja, ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du weiterhin meinen Kanal verfolgst, wenn du mir auf Instagram folgst, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was auch immer ich tue. Denn ich mache immer ganz viele wunderschöne Dinge, dass du mehr in die Liebe kommst. Und natürlich kannst du dich gerne an mich wenden, wenn du Hilfe brauchst im Bereich Liebe, Selbstliebe, Beziehungen, Traumpartner manifestieren oder, oder, oder. Also ich bin da gerne für dich da. Schreib mir gerne. Entweder einfach, ja, bei meiner Website ein kurzes Bewerbungsformular ausfüllen, damit wir uns bei dir melden können. Oder einfach auf Instagram eine private Nachricht schreiben. Also ich freue mich natürlich wirklich sehr, dich begrüßen zu dürfen in meinem Kreise. Und ja, also nochmal vom Herzen her danke. Es bedeutet mir viel. Ich hoffe, du machst gleich die Meditation mit. Und ja, gerne begrüße ich dich in diesem Jahr, im Dezember wieder. Und vielleicht dann ja sogar mit ein paar Freunden noch mehr von dir. Bis dahin, deine Simone. Bis dahin, deine Simone.